Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Magic Karten Opening hier auf dem Kanal. Wie ihr sehen könnt habe ich heute 5 Booster Packs vom neuen Magic The Gathering Hauptset 2019 parat. Und wir schauen einfach mal welche Karten wir heute ziehen können. Denn wir haben ja schon die 2 Planeswalker Decks vorgestellt und mit diesen Karten könnt ihr natürlich die Decks noch verstärken. Und wir schauen mal ob wir echt gute Karten rausziehen können. Die 2 Planeswalker Decks die wir vorgestellt haben waren ja nur 2 von 5 die es gibt. Schaut auf jeden Fall mal im Shop vorbei. Es gibt für jede Farbe mal wieder 1. Und dann könnt ihr auch direkt loszocken. Die Decks sind wirklich gut dafür geeignet. Und ja heute soll es einfach drum gehen welche Verstärkungskarten wir noch ziehen können. Beziehungsweise welche Karten wir natürlich überhaupt ziehen können aus diesem Set. Hier auf den Boosterpackungen sind natürlich die Planeswalker drauf. Ajani kennen wir zum Beispiel aus dem Deck. Und wir haben pro Boosterpackung 15 Karten. Und auch diese Booster könnt ihr euch natürlich im Shop holen. Link dazu in der Beschreibung. Wir starten mit dem ersten Boosterpack von Magic The Gathering. Und schauen wir mal ob wir ein glückliches Händchen haben heute. Es geht natürlich los mit den Common Karten. Und wir haben als erstes die wandelnde Leiche. Wir werden uns die Ancomments ein bisschen genauer anschauen. Ich denke die Commons sind eher unrelevant. Dann haben wir Revitalisieren. Wir haben kolossales Schreckensmaul. Ein Dinosaurierkarte. Ich bin echt Fan der Dinosaurier. Es gibt ja auch den Gigantosaurus hier in diesem Set. Und ja das ist echt ein Monstrum mit 10 Zehen. Gelehrter der Sterne. Wir haben katalysierendes Elementarwesen. Wir haben skelettierter Bogenschütze. Wir haben die höllischen Narben. Den Onarka-Oger. Dann ein Naturalisieren. Und den Feldkriecher. Dann kommen wir zu den Ankommens. Da haben wir Gedanken-Symbiont. Und zwar ist das eine Kreatur. Nachtmarschrecken. Braucht 4 farblose Mana. Ein blaues und ein schwarzes Mana. Ist eine fliegende Kreatur. Wenn der Gedanken-Symbiont ins Spiel kommt. Wirft ein Gegner deine Wahl eine Karte ab. Und du ziehst eine Karte. 3-3. Ja sehr gute Karte. Sehr schöner Support für das Deck. Als Ankommen. Belagerungsbrecher. Riesen. 3 farblose Mana. 2 rote Mana. Für 6-3 Kreatur-Riese. Verursacht Rampeschaden. Das heißt. Die Kreatur kann mit dem Angreifen überschüssigen Kampfschaden dem verteidigenden Spieler zufügen. Und für dann 3 farblose und eine rote Mana können wir eine Kreatur der Wahl bestimmen. Die in diesem Spielzug nicht blocken kann. Dann haben wir Geschenk des Paradieses. 2 farblose, ein grünes. Verzauberung. Und Aura verzaubert ein Land. Wenn das Geschenk des Paradies ins Spiel kommt, erhältst du 3 Lebenspunkte dazu. Und wenn wir das verzauberte Land tappen, erzeugen wir 2 Mana genau einer beliebten Farbe. Dann unsere Rare-Karte in diesem Booster ist der Jinn der Wünsche. 3 farblose, 2 blaue Mana für 4, 4 Kreatur Jinn fliegend. Der Jinn der Wünsche kommt mit 3 Wunschmarken ins Spiel. Und wenn man dann für 2 farblose und 2 blaue Mana eine Wunschmarke vom Jinn der Wünsche entfernt, zeigt man die oberste Karte der Bibliothek offen vor. Und dann kann man die Karte spielen ohne ihre Mana Kosten zu bezahlen. Falls man das nicht tut, schickt man sie ins Exil. Dann noch natürlich wie immer eine Standard-Insel, hier Standard-Land für die blauen Timendecks und ein Ritter-Token. Die Token auch sehr, sehr cool. Kann man natürlich dann je nach Deck, was man spielt, sich aussuchen. Ich glaube in diesem Set gibt es Ritter-Token, Zombie-Token, ich glaube auch eine Fledermaus ist dabei. Wir können hier mal schauen, was wir bekommen. Auch für die Planeswalker gibt es hier die Emblem-Token und dann geht es weiter mit dem zweiten Booster. Da haben wir den Feuerelementar, wir haben erstickende Sporen, wir haben ritterlicher Schwur, tollwütiger Biss, Essenzzerstäubung, Koblenanstifter, Biss der Monarchin, Trompetenstoß, zuverlässiges Lasttier, die Geisterform, Düstergrab, Ghoul ist unsere erste Ankommenkarte für ein schwarzes Mana, Kreatur Zombie, kommt mit 2-2 ins Spiel und er kommt auch direkt getappt ins Spiel. Und ich finde es auch immer cool, dass die hier unten diesen Zusatzkartentext haben. Sehr schön bei diesen Karten. Blitzrost, ich glaube für jedes Deck, Rot, Blau, Schwarz und so weiter, gibt es jeweils ein Ross, heißen nur unterschiedlich dann. Bei Rot ist es also das Blitzrost, Kreatur Elementarwesen Pferd mit 3-1 und der Zauberspruch kann nicht neutralisiert werden. Das Blitzrost kann nicht von blauen Kreaturen geblockt werden und für ein farblos und ein rotes Mana erhält es plus 1, plus 9 bis zum Ende des Spielzuges. Gar keine schlechte Karte. Dann verdächtiges Bücherregal, eher so lala diese ankommen, aber okay. Windvertraute Sphinx, 5 farblose, 2 blaue Mana, kommt mit 3-7 ins Spiel, fliegend. Und immer wenn eine Kreatur mit Fluchfähigkeit angreift, kann man eine Karte ziehen. Also kann man auch ein schönes Deck drum bauen natürlich. Für Themenlik Blau natürlich. Zunder Öde dann als Land. Das ist ja das Besondere auch wieder in diesem Set, dass in manchen Boosterpacks ein Doppelland dabei sein kann. Das hier erzeugt beispielsweise schwarzes oder rotes Mana. Sehr, sehr cool. Und wir haben ein Topter-Token. Spielstein-Artefakt-Kreatur fliegend. Finde ich immer cool, dass das dann einfach auch zugehörig ist. Wenn man ein Token beschwört, was in dem Effekttext steht, dass man auch dann das Richtige hat und spielen kann, macht das Ganze natürlich einfach nochmal anschaulicher und schöner. Weiter geht's mit mächtiger Sprung. Wir haben Deutschrücken-Basilisk. Wir haben die Nebelwand. Blitzmauldrache. Viele Drachen auch in diesem Set. Makabere Walzerrache nehmen. Elfischer Verjüngerer. Dann Abbrechen. Dann der Zwang. Eine sehr schöne Kommen-Karte. War auch, glaube ich, ein bisschen teurer gewesen. Schmelzen. Dann das Wellenrost. Hier haben wir das Rost für Blau. Sehr, sehr schön. Kommt mit 0,5 ins Spiel für zwei blaue Mana. Kann von grünen Kreaturen nicht geblockt werden. Wir sehen das auch, dass Blau und Grün zum Beispiel verfeindet sind, weil die gegenüberliegend sind. Immer wenn das Wellenrost einem Gegner Schaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen und falls du das tust, wirf eine Karte ab. Und das Wellenrost erhält für ein Farblos und ein blaues Mana plus zwei minus zwei bis zum Ende des Zuges. Dann haben wir psychische Korrosion. Wir haben ins Gedächtnis zurückrufen. Eine Hexerei, die eine Karte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf die Hand zurückbringt. Und dann haben wir als Redding Goblin Verschrotter. Sehr, sehr schöner Support für die Goblin Decks. Zwei farblose, zwei rote Mana. Andere Goblins, die man kontrolliert erhalten, plus eins, plus eins. Und man kann einen Goblin opfern und dann einen Artefact der Wahl zerstören. Dann noch der Walz und das Fledermaus-Token, was ich vorhin schon angesprochen habe. So, wir haben noch zwei Booster Packs. Die beste Karte aus dem Set ist Nicole Bolas. Vielleicht ziehen wir den ja. Wäre natürlich echt der Hammer hier aus fünf Random Booster Packs. Wir haben schnappender Skeada. Wir haben wie Erschino Pyromagier Kind der Nacht. Leuchtende Fesseln, Absturz, Spontanzauber, Luftfahrtpionierin, Neutralisieren, auch ein Spontanzauber. Abbrechen, wie ein Spontanzauber. Ein Spontanzauber-Pack sozusagen hier. Dann haben wir den neugeborenen Vampir, den Onakaroga. Dann die Kehrtwendung als Ankommengarze. Eine Hexerei. Das Artwork finde ich mega cool. Ist wieder so eine Art Drachen-Dinosaurier. Vier Farblose, ein Blaus-Mana. Man tauscht die Kontrolle über zwei Ketoren deiner Wahl. Aus. Dann Leoniden-Vorhut. Kreatur, Katze, Soldat. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug. Und falls du drei oder mehr Kreaturen kontrollierst, erhält dir Leoniden-Vorhut plus eins plus eins bis zum Ende des Zuges. Und du erhältst einen Lebenspunkt dazu. Kommt für ein günstiges Mana mit 1-1 ins Spiel. Dann haben wir die Schurkenhandschuhe als Ankommen-Artefakt-Ausrüstung. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur einem Spielkampfschaden zufügt, kannst du eine Karte ziehen und ausrüsten. Lege diese Karten an deine Kreatur deiner Wahl an, die du kontrollierst. Spiele ausrüsten wie eine Hexerei. Dann Pelackerwurm als Rare-Karte. Vorersacht Rampelschaden. Kreaturwurm. Wenn der Pelackerwurm ins Spiel kommt, erhält man sieben Lebenspunkte dazu. Und wenn er stirbt, kann man sogar noch eine Karte ziehen. Ja, also vier Farblose, drei grüne Mana. Im Late-Game sicherlich mit 7-7 eine echt gute Karte. Dann noch Standard-Insel-Blau- und Katzen-Token. Und dann letztes Booster-Pack. Können wir noch eine Mythicure ziehen? Oder bleibt uns die heute verwehrt? Es geht los mit einem Loxodon-Front-Brecher. Dann der Absturz, den haben wir jetzt schon gehabt. Geheimnisbergerin. Feuerelementar. Blutschwelger. Dann Sternengekrönter. Hirsch. Goblin-Aufhetzer. Weitere Goblin-Karten. Naturalisieren. Explosive Apparat. Dann zuverlässiges Lasttier. Ankommen Vulkan-Drache. Ein weiterer Drache. Vier Farblose, zwei rote Mana. Kommt mit 4-4 ins Spiel. Fliegend und Eile. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Man kann also direkt angreifen. Lieferant sind des Leichen-Flickers. Dann Doppelzauber. Neue Hexerei. Wenn du im 7-Zug deinen nächsten Spontanzauber oder deine nächste Hexerei wirkst, kopiere jeden Zauberspruch. Du kannst neue Ziele für die Kopie bestimmen. Nicht schlecht. Zwei rote Mana. Dann Rare ist Horde des Drachen. Und die wollen wir uns natürlich auch noch schnell anschauen. Immer wenn ein Drache unter deine Kontrolle ins Spiel kommt, lege eine Goldmarke auf den Hort des Drachen. Und wenn man tappt, kann man eine Goldmarke vom Hort des Drachen entfernen, eine Karte ziehen oder ein Mana erzeugen einer beliebigen Farbe. Und dann Gebirge und Drachentoken. Drachentoken gut für dieses Set natürlich. Okay. Das heißt, wir haben 5 Rask-Token. Logischerweise zieht man immer. Waren ein paar coole Karten dabei. Auf jeden Fall leider keine müchtig. Oder Nicole Bolas oder ähnliches. Aber wir haben auf jeden Fall Karten gezogen, die wir in unsere Blainswalker-Decks aufnehmen können. Wenn ihr natürlich mehr Interesse an Magic Openings habt, dann schreibt das gerne mal in die Kommentare. Dann werden wir da in Zukunft auf jeden Fall dafür sorgen, dass ihr da versorgt seid. Und ja, wir schauen mal, was wir jetzt mit den Blainswalker-Decks so anstellen können. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann schaut auf jeden Fall im Shop vorbei. Und gönnt euch auf jeden Fall eure Decks mit, denen ihr am liebsten spielen möchtet. Wie gesagt, ihr habt blau, schwarz, rot, grün und gelb zur Auswahl. Viel Spaß auf jeden Fall. Und wir sehen uns dann im nächsten Opening wieder. Hier geht bei Gate to the Games. Haut rein. Und ciao.